Schnockis, wir machen eine Biba-Blitz-Einpack-Runde! Jens bekommt einmal das Tagebuch, Glutape, ein Trichter, Herzpads, den Regenbogen-Glitzerstift und ein Wachsstift. Flyer rein, Überraschung rein, fertig! Christine nimmt einmal den süßen Otter im Cocktailglas, eine Blankoleinwand, Motiv mit den Lippen und einmal den Kaffeekapp, den ihr am Anfang des Videos schon gesehen habt, allerdings in blau. Flyer rein, Überraschung rein, fertig! Annalena bekommt den Wolf mit eckigen Stein, eine Schablone für runde Steine und eine spitze pinke Pinzette. Flyer drauf, Überraschung drauf, fertig! Und Vanessa bekommt einmal den Steinchenkoffer und das Bild mit dem Axolotl rein damit. Flyer drauf, Überraschung drauf, fertig! Schnucki, sie sagt lieben Dank für eure Bestellungen! Viel Spaß beim Painten!